Mein Name ist Nefen Viktor. Ich kandidiere für die Grossratswahl im Bezirk Brig. Mich sollen wir wählen, weil ich jung bin und ich interessiere mich vor allem für Sport, Landwirtschaft und Tourismus. In allen drei Bereichen habe ich grosse Kenntnis. Ich glaube, das sind drei wichtige Themen für das Wallis.